Was geht ab, PlayingPan hier mit dem lieben Orolein. Hallo. Und heute spielen wir das Rennen Suicide Stunts Limited Edition. Ich bin gespannt, was das für ein tolles Rennen sein soll. Ich suche die Ruffian, da ist die Ruffian. Blau, Stinkefinger, wunderbar. Ich finde das Loading Screen, die Position, in der wir stehen, schon mal sehr geil. Gefällt mir super gut. Ja, stehst du auch über dem Motorrad drüber? Ja, genau, wir stehen da hinten. Das ist auf jeden Fall, gefällt mir Sahne. Los geht's. Hat er sich das Motorrad ausgesucht? Naja, ich glaube, das war ein Fehler bei dir. Ach ja, heute haben wir jemanden dabei, und zwar einen Abonnenten, der mit uns unbedingt spielen wollte. Den Namen habe ich gerade nicht parat. Eins, go. Tut mir leid. Oh, der hat direkt meine Brüste geholt. Du denkst, das war ein Fehler, dass ich mir das Motorrad ausgewählt habe? Warum? Ja, wenn das Rennen ja schon für Autos ist, dann ist das bestimmt, dass man da schnell über Rampen drüber muss, oder so bestimmt. Und da dein Motorrad nicht so schnell ist. Ja, warum bin ich denn vorgehe? Ja. Okay, das sieht schon mal geil aus. Die Kuscheln da hinten. Geil, okay. Okay, unser Zuschauer, der mit uns spielt, der hat uns schon mal völlig eingeholt. Oh, kommt man da hoch? Nein, ich hab den nicht bekommen. Hast du nicht gekriegt? Ich hab's auch nicht gekriegt, nein. Ganz knapp, ey. Mist. Kurz davor, kurz davor. Aber das ist geil. Also, wie der liebe Orelain eben schon meinte, das Rennen ist normalerweise für Autos ausgelegt. Scheiße. Ich komm da nicht dran. Ich glaub, das wär auch... Aber der andere hat's bekommen, ey. Der hat so folgisch, ey. Aber wie auch... Weil ich sofort in dich reingefahren bin, ey. Verdammt. Hab ich den bekommen? Hab ich... Nein, wie... Wie konnte ich den nicht bekommen? What? Der ist aber auch mit Fullspeed reingefahren, ey. Scheiße. Jetzt hab ich dir da wieder für den Müll ausgesucht. Nein. Nein. Verdammt. Aber ich hab's aber geschafft. Gott sei Dank. Ja. What? So, jetzt schön runterspringen hier. Ey, nein. Och, nee. Ich hab so ein doofes Motorrad, dass ich ihn nicht mehr schaffe, runterzufallen, ohne dass ich sterbe. Was? Warum? Ich hab grad ein Motorrad. So, gut. Puh. Geschafft. Jetzt... Tschüssi, ne? Du kannst da ja noch ein bisschen versuchen. Nein. Ich hab halt ein bisschen mehr... Ich hab ein bisschen mehr Anlauf genommen. Wie viel? Ein bisschen mehr. Also, an dem Haus, was da hinter dir steht. Wenn man gespawnt wird, so ein bisschen. Fuck, ey. Dreck. Und man hätte es einfach mit scheiß Autos fahren sollen. Tja. Hast du mehrere Runden eingestellt? Ne, eine, ne? Eine. Warum? Ist das gleich schon vorbei, oder was? Ich bin doch... Ja, ich hab's jetzt eigentlich geschafft. Nein. Och Gott. Das kann sich wieder keiner ansehen hier mit Motorrad. Nein, 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 nein. Jetzt muss... Fällt man da andauernd runter, oder was? Was ist das denn? Och, nee. Fällt's auch immer runter und bist sofort wieder tot. Also, ja. Mein Gott, ey. Was soll das? Aber ich glaub, das Rennen beendet erst, wenn der Zweite auch drin ist, ne? Oder? Äh, nein. Wieso, Falk, wenn der Erste? Doch, doch, doch. Hast recht, ey. So, so. Komm, fall sanft. Oh, eklig. Nein, ich hab den Checkpoint... Hä? Also, die Checkpoints sind scheiße hier, find ich. Wieso? Haben sie echt scheiße gesetzt. Ja, ich bin da voll durchgesprungen, aber man muss genau da durchspringen und nicht, ähm, äh, da nebenher so ein bisschen. Ja, aber... Sonst kann man ja... Aber ich hab mir, ich hab mir den Editor schon mal angeguckt. Das, äh, ist eigentlich immer dasselbe. Du kannst an den Checkpoints selbst gar nichts einstellen. Echt? Ja. Bist du da hinten vor mir? Oder ist das da vielleicht... Ey, nee. Äh, hab ich den Checkpoint nicht bekommen? Warum hab ich den nicht bekommen? Ja, bleib ich doch die ganze Zeit. Das ist die Scheiße. Du musst weiter rückwärts... Das... Du musst eh erst mal ein bisschen mehr Anlauf nehmen jetzt, weil sonst schaffst du es sowieso nicht. Weil dann oben... Sonst bleibst du oben hängen, ja. Hast du es geschafft, oder was? Nee, ich bin hinter dir noch. Müll, ey. Du musst voll Anlauf nehmen jetzt. Na gut, die Zuschauer, die sich sonst beschweren, dass die Folgen zu kurz sind... Ich hab schon wieder nicht geschafft, ey. Das gibt's nicht. Ich war genau durchgeschrungen, bin ich. Ich glaub, man muss drüber, leicht drüber. Du darfst nicht da drunter, weißt du? Schade. Wolltest du mich rammen oder was? Ja, ja. Ja, ich hab's bekommen. Hast du? Ja, ja. Muss, äh... Nee, ich sag dir jetzt nicht. Okay, jetzt hab ich's auch. Ach, du bist auch. Und der hat auch noch... Der ist auch noch gelandet, der... Du nicht, oder? Ach nee, meiner ist natürlich dann direkt abgekackt, als er gelandet ist. Oh, er hat's geschafft, der... Dein Abonnent. Krasser Typ, ey. Ach, und er schaut jetzt zu, wie wir hier versagen, ihr malig. Fuck. Fuck. Ah, jetzt müssen wir voll Anlauf nehmen, ey. Was für ein Müll. Oh Gott. Egal, das ist noch eine Sache, die unter... unter uns... Alter, was ist denn für ein Scheiß? Er hat das gewonnen, glaub ich. Wow. Nee, ich bin leid. Hab ich den bekommen? Ja, ich hab den bekommen. Ja, ich nicht, ey. Lande, 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 lande. Verdammt. Komm schon, Baby, Anja, jetzt... Lande, um zu sterben, das ist natürlich... Jetzt weiß ich, warum man dieses Rennen nicht mit dem Motorrad fährt. Aber der Typ hat sich ja wahrscheinlich hat der auch so lang gebraucht, weil er hier erstmal landen musste. Jawohl, ich hab's geschafft. Da gibt's auch einen kleinen Trick. Welchen denn? Sagst du nicht. Du musst selber drauf kommen. Hast du wenigstens den Checkpoint schon geschaut? Dann hab ich gekriegt, ja. Dreh dein Motorrad mal so eine 180 Grad. Wird... Ja. Ja, und du rufst, sagst du, lande, lande, lande. Mach ich doch schon. Dass du quasi... Nee, was hat er bestimmt... Nee, hat er einen Mountainbike genommen? Nee, ne? Ah, ich hab's geschafft. Nächste schaffst du es. Nein. Ich hab schon, Baby. Ach Gott. Ich hab schon, Baby. Wo hängst du denn jetzt gerade? Ich bin jetzt im Tunnel. What the F? What the F, motherfucker? Ach, du bist so gerade? Nee. So. Hi. Hi. Nee, du rufst, äh, nicht ein. Auf. Drauf. Ach, da. Ach, du Schande, okay. Nein, nein. Schnell, 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 bitte. Ich will nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Schaffst du es nicht, schaffst du es nicht. Wer hätte das geschafft, ey? Komm schon. Komm schon. Ja, 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 ja. Ja. Jawohl, nein, nein, was machst du? Junge, bist du behindert? Komm, 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 komm. Was ist das? Fuck, was mache ich? Hast du es geschafft? Nein, leider nicht. Was mache ich? Komm, 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 komm. Schade, ich sage mal, kein Abstand vom Motorrad, da wäre ich aber die Leiter hochgegangen. Ja, 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 ja. Ja, Checkpoint, bitte. Und jetzt, bitte, bitte. Nein. Jetzt wieder diese Gammelerei, wo du landen musst, ohne zu sterben. Was für ein Gammel. Das ist richtig scheiße. Was für ein Gammel, Alter. Was soll das? Wie soll man das machen? Gammelige Mülltonnenaktion. Wie soll das gehen? So, dann rückwärts. Nee, das will ich schon mal gar nicht. Okay, pass auf. Wir versuchen was anderes. Ich bin jetzt mal ganz schlau. Hast du mir noch nicht geschafft, da hochzukommen? Nee. Ah, die penne, der... Ich bin ganz oben auf dem Dach, scheiße. Wie hast du das denn gemacht? Zu viel Speed. Nein, oh Gott. Jetzt bin ich so ganz runtergefallen. Ich wollte von oben auf das andere jetzt drauf. Aber ich habe ein Checkband gekriegt, gut. Fuck. Jetzt ist er an meinem Ferdinand, der dreckige. Komm, komm, komm. Krieg ihn. Nein, das ist so... Ich schaff's... Wenn du das jetzt schaffst, ja zu landen, ne? Ich habe das... Das ist ein Wichtige. Ja! Ja! Ich habe es geschafft. Papi, padabada. Und da ist das Ziel. Papi, die, 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 die. Ja! Verdammt. Es gibt einen Trick, wenn du schnell noch runterkommen willst. Du musst auf einen Baum landen. Versuch eine Baumkrone zu treffen. Ja, genau diese Baumkrone, wo du gerade gegen gecrashed bist. Gern. Weil die... Oh, hast du es geschafft. Ja. Krass. Ja, aber der Motorrad ist auch ein bisschen stabiler. Ja, locker. Jawohl. Schön. Geil. Ja, das war dann mal wieder ein Rennen, was ein bisschen scheiße gelaufen ist. Ach ja, aber ich glaube, das war ganz unterhaltsam. Wie zwei Idioten einfach ein Autorenn mit Motorrader fahren. Deswegen würde ich sagen, das nächste Mal GTA Race mit O-Line und Playing-Pan schaltet einfach wieder ein. Ciao. 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 Vielen Dank.